Das hat mich schwer getroffen, so Frank Zander auf die Frage, was er zum Tod seines so geliebten Freundes sagt. Man merkt es Frank an, er ist nachdenklich, während er spricht. Es ist auch kein Wunder beide haben sich schon so lange gekannt und die Nachricht, dass er von uns gegangen ist, hat ihm im Herz weh getan, sagt er. Frank sagt er war ein ziemlich harter Geschäftsmann, aber er hatte ein gutes Herz und hat uns auch geholfen, zum Beispiel auch mal mit einem kleinen Scheck. Das war nicht so viel Geld, keine Ahnung, ich glaube umgerechnet wären das heute so um die 45.000 Euro oder 50.000 Euro für ihn keine große Sache, für mich war es aber eine Riesensumme schon damals. Es war die traurigste Nachricht Deutschlands, bekanntester Playboy Rolf Iden verstarb im Alter von 92 Jahren in seiner Heimat Berlin. Und er war ein richtiger Wegbegleiter, deshalb vermisse ich ihn so sehr. Es wird nicht mehr dasselbe sein ohne ihn, da bin ich mir sicher und sehr viele auf der ganzen Welt vermissen ihn jeden Tag, sagt er. Die Trauer steigt leider von Tag zu Tag, ich sehe mir fast täglich ein paar Bilder an, um die Zeit nicht zu vergessen mit ihm, das war so schön. Das war es noch, wenn ich mir sowohl Förder méd blöden kämpfe ohne ihn sei, wenn man im Alter von Tag zu Tag hinkönnt oder gehörte,